10-Run-Rule 11 zu 1 da mit der Endstand Und zum Ende des Spiels kommt da der Rasensprenger im Leftfield zum Einsatz Die Legionäre gewinnt hier Walk-Off Double von Lukas Jan Wobei ich weiß gar nicht ob es ein Bubble oder ein Single war Auf jeden Fall Walk-Off hinten für Lukas Jan hier Damit gewinnt die Legionäre durch den Run-Rule mit 11 zu 1